Hey, ihr ist Rania und willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Heute wird meine beste Freundin zu einer Billionärin. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Kanal, da verpasst ihr nämlich keine neuen coolen Videos mehr. Und dann würde ich sagen, let's go! Du hast in letzter Zeit kaum noch Zeit für mich, Taylor. Das ist ohne Mist. Ich glaube, das ist das erste Mal diese Woche, dass wir uns treffen. Normalerweise gehen wir jeden Tag nach der Schule Eis essen. Was ist denn passiert? Tut mir leid, aber ich muss gleich wieder los. Was hast du denn vor? Was machst du denn den ganzen Tag? Ich habe Freunde im Internet kennengelernt. Ja, aber sollte ich nicht deine beste Freundin sein, solltest du nicht deine Zeit mit mir verbringen, weil ich kenne deine neuen Freunde gar nicht. Das ist voll blöd. Bist du ja auch. Ja, aber du hast nie Zeit für mich. Tut mir leid, aber das Treffen ist sehr wichtig. Du machst auch so eine Geheimnistüherei um das, was du tust. Ich weiß gar nicht, was bei dir los ist in letzter Zeit. Ich erzähle es dir nächstes Mal. Okay, gut, dann mach das. Dann sehen wir uns heute Abend oder sowas. Können wir da telefonieren? Okay, bye! Okay, mach's gut. Dann scheinbar nicht. Mann, das ist so blöd. Taylor hat in letzter Zeit nie Zeit für mich. Mann. Mama? Mama, bist du zu Hause? Boah, in letzter Zeit hat Taylor nie Zeit für mich. Hallo Schatz, wie war dein Treffen mit Taylor? Blöd war's. Die hat ihre ganzen komischen neuen Online-Freunde, mit denen sie jetzt die ganze Zeit verbringen will. Und jetzt hat sie keine Zeit mehr für mich. Und ich kenne die ganzen Online-Leute nicht. Vielleicht sind die doof. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht wollen sie sie ausrauben. Vielleicht, keine Ahnung. Vielleicht nehmen die die weg. Aber sie darf doch auch andere Freunde haben, oder? Ich meine, klar darf sie andere Freunde haben, aber ich bin immerhin ihre beste Freundin. Sollte sie nicht Zeit für mich haben? Du musst ja ein bisschen Vertrauen in sie haben. Vertrauen schmeckt Trauen, sage ich immer. Mann, das ist doch blöd. Was soll ich denn jetzt die ganze Zeit machen? Sie hat doch auch ein eigenes Leben. Klar hat sie ein eigenes Leben, aber ich dachte, wir machen was zusammen. Du hast doch auch genug zu tun. Was habe ich denn zu tun, Mama? Was habe ich denn jemals zu tun, hä? Oh ja, ich kann das Haus putzen. Super, klasse. Aber das ist ja keine spaßige Aktivität. Ich kann im Garten sitzen. Alleine. Was ist denn mit dem Ausbildungstag beim Zahnarzt? Oh. Ja, das stimmt. Der ist sogar morgen. Stimmt. Oh ja, das habe ich ganz vergessen. True. Ja, dann gehe ich morgen zum Zahnarzt und dann erklären die mir alles. Siehst du? Ohne Mist, da freue ich mich sogar schon drauf. Das ist cool. Dann kann ich später nämlich mal Zahnärztin werden und, keine Ahnung, meine eigene Praxis aufmachen und dann zeigen die mir alles. Und ich glaube, das ist auch ein einfacher Job. Und dann hat man seine coolen weißen Hosen und weißen Kettel. Und zur Feier des Tages darfst du heute auch noch PC spielen. Oh, wirklich? Okay, dann bin ich, äh, dann bin ich mal weg. Okay, tschüss, Mami. Oh mein Gott, ich darf PC spielen. Normalerweise ist meine Mom super, super streng mit PC-Zeit. Aber heute ist scheinbar eine Ausnahme und... Hä? Okay. Ist das von Taylor? Warte, das ist Quatsch. Was ist das denn hier? So wie es aussieht, hat sie da eine ganz wirre Geschäftsidee und macht die ganze Zeit Werbung dafür auf ihren, keine Ahnung, sozialen Netzwerken. Wer zur Hölle würde sich denn den Ganzkörperputzanzug kaufen und dann damit, keine Ahnung, durch die Wohnung kriechen, um sauber zu machen? Entweder du putzt richtig oder du hast normale Klamotten an. Das gibt, also, das macht gar keinen Sinn und für deine Kinder auch. Taylor! Hallo, Taylor? Hi! Ähm, sag mal, ich hab gerade auf Instagram gesehen, dass du irgendein komisches Geschäft aufgemacht hast mit Ganzkörperanzügen. Stimmt das? Äh, ja, das stimmt. Wieso? Ähm, weil das vielleicht keine gute Idee ist? Komm einfach vorbei, ich zeig dir alles. Äh, okay, ja, dann bis gleich. Oh mein Gott, ist es das, was sie in ihrer Freizeit macht? Sind das ihre Online-Freunde? Haben die Leute sich dazu ermutigt, dass sie diese komischen Dinger macht? Das ist doch blöd! Oh mein Gott. Aber ich muss kurz los zu Taylor. Oh mein Gott. Äh, hi Taylor! Oh, warte, du bist wahrscheinlich oben, gell? Hallo? Ähm, bist du hier? Oh ja. Hi, na, wie geht's dir? Oh, hallo Ronja! Was hab ich da gesehen mit diesem komischen Online-Inserat? Was zur Hölle, Taylor? Taylor, was ist denn los mit dir? Putzanzüge? Ist das dein Ernst? Das ist eine gute Idee. Hat dir wer gesagt? Deine komischen neuen Online-Freunde? Das ist eine furchtbare Idee. Meine neuen Online-Freunde sind meine Geschäftspartner. Aber was sind das denn für Geschäftspartner, wenn sie dir einfach nur Quatsch-Ideen geben? Ich hoffe, du hast da kein Geld reingesteckt von dir. Und ich wusste, dass dir die Idee nicht gefällt. Ja, weil es eine schlechte Idee ist, Taylor. Weil es eine schlechte Idee ist. Das wird niemand kaufen. Du bist durch eins von diesen Dingern wirst du verkaufen. Wo stellst du die überhaupt her? Das kostet doch alles. Ich hab unser ganzes Familienvermögen da reingeschickt. Du hast was? Taylor! Weißt du deine Mom davon? Weißt du dein Dad davon? Du hast dein ganzes Familienvermögen in diese Schnapsidee gesteckt. Ist das dein Ernst? Ja, sie unterstützen mich. Taylor, ich hab dich wirklich lieb. Aber ich glaub, das ist keine gute Idee. Ich muss jetzt auch los, weil morgen der Tag der offenen Tür beim Zahnarzt ist. Und dann will ich ausgeschlafen für sein, damit ich den richtigen Job machen kann. Okay, viel Glück. Dir auch viel Glück. Ich würde was das brauchen. Okay, mach's gut. Oh mein Gott, das kann doch nicht ihr Ernst sein. Ihr ganzes Familienvermögen. Das ist doch Quatsch. Die haben sogar relativ viel Geld gehabt. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Heute ist mein Tag bei der Zahnarztpraxis. Hier werde ich später mal arbeiten. Oder beziehungsweise ich werde meine eigene aufmachen. Aber ich werde jetzt hier alles lernen. Brooke Haven Family Dental. Bei Dr. Moller und bei Dr. Payne. Hallo! Ah, du musst Ronja sein. Hallo. Bist du schon aufgeregt? Ich bin so aufgeregt. Ich kann's kaum erwarten. Ich freue mich so, dass es geklappt hat. Weil Tag der offenen Tür stand ja da, dass es kaum Schüler nimmt. Und nur eins, zwei von der Schule. Und deswegen freue ich mich super, dass die mich genommen haben. Ich bin Dr. Moller. Oh, schön, Sie kennenzulernen. Hallo, ich bin Ronja. Was machen wir heute? Was soll ich lernen? Ich zeige dir mal die Praxis. Alles klar, das ist eine gute Idee. Okay, wahrscheinlich sind hier... Oh, hier sind die Behandlungsräume. Hier sind die Behandlungsräume. Okay, was muss ich denn hier beachten? Oh, stimmt. Oh, es gibt diesen kleinen Computer. Daran erinnere ich mich. Immer wenn ich beim Zahnarzt war, da muss man irgendwas mit den Zähnen eintragen. Dass man dann irgendwie... Die haben so Nummern. Und dann muss man die eintragen. Und dann kann man da mit dem Werkzeug im Mund und ist so... C3, gut. C5, auch gut. Genau. Oh mein Gott, ich bin quasi geboren für den Job. Mögen Sie Ihren Job? Der Job ist wahrscheinlich toll, oder? Ah, es ist nicht immer ganz so einfach. Äh, wann ist es denn nicht so einfach? Es gibt sehr viele Leute, die sich nicht die Zähne putzen. Boah, das klingt irgendwie eklig. Ich meine, musst du denen dann die Zähne putzen? Boah, das würde ich nicht wollen. Und die haben starken Mundgeruch. Oh, eww, ich hasse Mundgeruch. Stimmt, oder? Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die Leute machen das alle so wie man selber. Also, ich putze mir immer die Zähne. Meine Mama sagt, man soll immer die Zähne putzen vorm Zahnarzt. Und deswegen hat man dann auch keinen Mundgeruch. Das ist Teil deines Jobs, die Zähne zu putzen. Oh, Mann. Okay, das will ich nicht. Aber ich schätze, da kann ich gerade noch mit leben. Da komme ich noch mit durch. Naja, das ist noch nicht alles. Wie jetzt? Das ist noch nicht alles. Was denn noch? Du musst auf Zähne ziehen und raus reparieren. Oh mein Gott. Ich muss die Zähne rausziehen. Einfach so mit so einer Zange, wie man das in den Filmen sieht. Oh mein Gott, da ist bestimmt eine Menge Blut. Und das Blut irritiert viele. Ja, ich kann Blut überhaupt nicht sehen. Ich bin extra, dachte ich, ich werde Zahnarzt, damit ich nicht das Blut sehen muss. Oh, Mann. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich schätze mal, das ist natürlich nicht so super. Aber man hat ja auch eine Maske auf und so. Vielleicht riecht man dann den Mundgeruch nicht so. Und das ist Blut. Weil ich finde, der Geruch von Blut. Der Geruch von Blut ist das absolut Schlimmste, was es gibt auf der ganzen Welt. Was gibt es denn noch in der Praxis? Was ist denn das hier? Das ist unser Röntgengerät. Oh, okay. Und dann stellt man sich da rein und dann wird man geröntgen, oder wie? Warte, ich glaube, das muss weiter runter dafür. Und darf ich sie mal röntgen? Klar. Oh mein Gott. Okay, dann stellen sie sich bitte einmal rein. So, ab ins Röntgengerät. Und. Tü, tü, tü. Ist es gut so? Oh. Klasse, super. Und warte, hier ist der andere Behandlungsraum. Ah, okay, das macht natürlich Sinn, dass es hier mehrere gibt. Und hier ist die Rezension. Ich meine, das ist eigentlich ganz übersichtlich. Weißt du was? Vielleicht werde ich doch zahnarzt. Mal gucken. Schlaf einfach nochmal eine Nacht drüber. Alles klar, ja, werde ich machen, Dr. Moller. Dankeschön für die Führung. Ich gehe dann wieder nach Hause. Tschüssi. Puh, okay. Okay, ähm, vielleicht ist Zahnarzt doch nicht so ein guter Beruf. Aber ich meine, ich kann vielleicht mal mit Taylor darüber reden, ob sie das auch so schlimm findet wie ich. Vielleicht können wir zusammen Zahnärztin werden. Ho, seit wann haben wir Leute in der Schule, die sich einen Sportwagen leisten können? Haben wir irgendeinen besonderen Gast heute da? Vielleicht weiß Taylor irgendwas. Ähm, Taylor, hi! Hast du den Sportwagen vor der Schule gesehen? Hey, Ronja! Ja, irgendjemand hat einen roten Ferrari, der vor der Schule steht. Hast du irgendeine Ahnung? Ja, der gehört mir! Ähm, warte, 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 der gehört dir. Ich dachte, also das letzte Mal, als wir geredet haben, hast du gerade dein ganzes Geld in dieses komische Putzanzug-Imperium gesteckt, was du da vorhattest. Ich bin mir nicht sicher, ob du dir da noch einen Sportwagen leisten kannst. Ich weiß, deine Familie ist relativ gut dabei, aber ich glaube, so viel Geld habt ihr auch nicht. Ja, das ist alles richtig explodiert! Und, äh, dein, 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 äh, Wischanzug-Business ist explodiert. Ich bin jetzt Billionärin! Warte, du, hä? Du bist jetzt Billionärin? Okay, was machst du denn überhaupt noch in der Schule? Ja! Warte, meine beste Freundin ist Billionärin? Und du hast ein Sportwagen? Darf ich mal mitfahren in deinem Sportwagen? Klar, du darfst auch mal selber fahren, wenn du möchtest. Oh mein Gott, ja, unbedingt! Ich will das natürlich, selbstverständlich, lass uns direkt losgehen. Komm, 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 komm! Komm, los geht! Warte mal, du bist Billionärin mit dem Putzanzug-Ding oder hattest du noch eine andere Idee? Ist das wirklich... Bist du damit reich geworden? Es tut mir voll leid, dass ich nicht an dich geglaubt habe. Kein Problem. Nee, es tut mir wirklich voll leid. Ich hätte an dich glauben sollen. Du bist meine beste Freundin und eigentlich hast du ja auch immer gute Ideen. Und es tut mir voll, als selbstverständlich erfolgreich gewesen wäre, hätte ich dich unterstützen sollen. Mir tut es leid, dass ich dir nichts gesagt habe. Vielleicht war ich auch nur so gemein, weil ich mich ausgeschlossen gefühlt habe und deine neuen Freundin nicht kannte. Versprichst du mir, dass du mir in Zukunft alles erzählst? Ja, und als wieder Gutmachung habe ich eine Überraschung für dich. Oh mein Gott! Was für eine Überraschung! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich sitze in einem Sportwagen, ich saß noch nie in einem Sportwagen. Wie aufregend! Warte, soll ich fahren? Willst du fahren? Fahr du, ich kenne mich nicht aus. Ich habe zu viel Angst, dass ich das Ding kaputt mache. Oh mein Gott, es fährt doch so schnell. Hä? Äh, Taylor, das ist nicht, wo du wohnst. Das ist dir schon klar. Du kannst nicht einfach... Taylor, du kannst nicht einfach in eine wildfremde Garage fahren. Hallo! Äh, ich glaube, das ist nicht darin... Warte, du kannst hier einfach rein. Wir brechen ein in ein fremdes Haus. Nein. Äh, okay. Doch, das ist nicht dein Haus. Erinnerst du dich, wir waren vorhin bei dir zu Hause? Das ist meine Überraschung. Warte, du hast hier ein Haus gekauft? Du hast hier einfach ein neues Haus gekauft? Du bist ausgezogen? Du wohnst nicht mehr bei deiner Familie? Das ist unser neues Haus! Wie, unser neues Haus? Darf ich mit dir hier vorziehen? Wir zusammen? Oh mein Gott! Warte, dann sage ich das meiner Mom. Dann ziehe ich da auch raus. Ich habe es für uns gekauft! Oh mein Gott, das Haus ist auch voll schön! Warte, warte, ich will mir alles angucken. Äh, okay, hier geht's hoch. Okay, hier haben wir zwei Schlafzimmer. Dann haben wir ein großes Dachgeschoss. Da können wir beide sehen. Oh mein Gott, du hast einen riesigen Computer. Wir können so viel Roblox spielen, wie wir wollen. Taylor! Das Haus ist überragend. Warte, was ist das hier oben? Das ist die Toilette wahrscheinlich. Die Dusche ist gigantisch. Ich habe noch nie so eine große Dusche gesehen. Oh mein Gott, ich liebe das Haus. Und wir können hier wirklich beide wohnen? Das freut mich. Ja, klar. Oh mein Gott, bester Tag in meinem Leben. So, das war es mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Schaut unbedingt bei den Infokarten oder bei der Endcard vorbei. Da sind nämlich noch weitere coole Roblox-Videos verlinkt. Und ansonsten abonniert den Kanal. Verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao! Ciao! Grazie a tutti!